Es ist ein Familienbetrieb, jeder Mitarbeiter hat ein offenes Ohr, auch die Poliere, das zwischenmenschlich hier passt. Ich arbeite gerne im Freien, im Bürojob wäre jetzt nichts für mich, dann gibt es ja auch viele neue Maschinen, es gibt auch viele Kleinbaumaschinen. Es ist sehr abwechslungsreich, technisch auch anspruchsvoll und abends sieht man, was man geleistet hat und man ist auch irgendwo stolz drauf. Man soll sein Hobby zum Beruf machen und das habe ich geschafft.